Ich bin heute hier bei einem Atomkraftwerk und das wollte ich zum Anlass nehmen, um mal über die Frage zu sprechen, wo man eigentlich gar keine Geocaches verstecken darf. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr ausschließen solltet, wenn ihr Geocaches plant, dann bleibt dran und schaut euch das heutige Video an. Geocaching ist ein Spiel, was durchaus zu auffällig-unauffälligem Verhalten führt. Und deswegen sind Anlagen, die unter besonderer Beobachtung von Sicherheitsbehörden stehen, ausgeschlossen, wenn es darum geht, einen Geocache zu verstecken. Dazu zählen auf jeden Fall sämtliche Bahnanlagen, also Gleise, Bahnhöfe und so weiter, Flughäfen, Staudämme, Autobahnbrücken, Krankenhäuser und ähnliches mehr. Wenn ihr vorhabt, einen Geocache zu verstecken, dann nehmt solche Liegenschaften auf jeden Fall raus. Solltet ihr das doch auf jeden Fall machen wollen, werdet ihr eine Genehmigung, eine schriftliche Genehmigung vom Betreiber vorlegen müssen beim Review und vielleicht sogar bei Groundspeak selber in Amerika. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Orte, wo Geocache-Verstecke eher schwierig sind, zum Beispiel Naturschutzgebiete oder auch Spielplätze. Das kann auch zu Missverständnissen führen. Darauf solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Es gibt eine ganze Menge regionale Begeben oder Gesetzgebungen, wie zum Beispiel auch archäologische Ausgrabungsstätten. Die sind auch manchmal sehr sensibel und da sollte nichts versteckt werden. Die genauen Richtlinien sind von Land zu Land unterschiedlich und ich werde die euch hier mal in die Videobeschreibung reinkopieren. Also, wenn ihr Fragen habt, ob ein Geocache versteckt werden kann an dem Ort, den ihr euch vorgenommen habt, dann schreibt es gerne hier in die Kommentare oder schreibt uns direkt an. Oder sprecht mit eurem lokalen Reviewer, die werden euch dazu sehr viel mehr sagen können. Nicht jeder Ort eignet sich für ein Geocache. Und Atomkraftwerke definitiv nicht. Und das ist auch nicht so schlimm. Die Welt ist voll und es gibt genug Platz, genug andere schöne Orte, die durchaus ein Geocache rechtfertigen. Also seid schön vorsichtig und macht das Ganze mit Bedacht. Bis bald!